. Papa Kind, Luna will zu John Legend statt zu Mama Chris Dieses Kind wollte eindeutig zu seinem Vater. . Die kleine Luna Simone, 1, ist der ganze Stolz ihrer Eltern Chris Hildeigen, 32, und John Legend, 39. Seit das Mädchen dank künstlicher Befruchtung im April 2016 zur Welt gekommen ist, macht sie das Glück ihrer Model-Mama und ihres Musiker-Papas perfekt. . Und würden alles für ihren Schatz tun, doch hat sich unter den beiden längst einen Liebling auserkoren? So hatte es jetzt in New York ganz den Anschein, als Paparazzi einen unerwarteten Familienmoment ablichteten. . 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 Begünstigt wurde das Verhalten in New York aber auch dadurch, dass sie kurz, bevor die Aufnahmen entstanden, mit ihrer Mutter alleine unterwegs war. Sie freute sich also auch über das Wiedersehen mit. . . . . . . Die Einjährige kann also nicht mehr lange die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Eltern genießen und wer weiß, vielleicht wird ihr kleiner Bruder zum Ausgleich ein Mama-Kind. Untertitelung des ZDF, 2020